Wer ist dieser Wolf, über den sie reden, in Untergruppenbach Er ist ne geilste Wolf und vom Fach Ein Postler in kurzen Hosen Und get ein Poloshirt Jeder Mann in seinem Zustellbezirk Fühlt sich gestört Er ist so freundlich und doch ein Checker Der Checker von Untergruppenbach am Neckar Hallo Frau Müller, wie geht es Ihnen heute? Da lauert der Wolf wieder auf seine Beute Hier ein Brief und da Pakete Der Wolf ist eine Zustellrakete Abstellgenehmigung auf der Terrasse Nackte Frauen in ihrem Garten Weltklasse Du bist nicht der Wolf, wenn du hungrig bist Andere Zustellbezirk, wer soll der Mist? Ah, der Wolf hat Druck auf seinem Drucklufthammer Manche Frauen öffnen nackte Türen Ah, geil, Oberhammer In seinem Scanner gibt es Mundschorte in den Schuppen hinten rein Dabei sieht er dicke Tüten geile Ersche So muss das Leben sein Ah, abends geht er noch zu Angelika Ins Casino nach Elhofen Frauen reden zu viel Philosophen Er will nur am Automaten zocken Und Ghostlider mit zwei Euro rocken Hörst du den Sound? Wie der Automat richtig gönnen mag? 50 Freispiele auf zwei Euro waren früher vier Deutsche Mark Er hat in seinem Leben alles im Griff Und hört auf einmal einen Pfiff Scheiße Mann, alles nur geträumt Du siehst den Wolf jeden Tag Wie er Pakete in sein Zustellfahrzeug räumt Awww